Die Parabel von den Krügen und dem Wasser Einst gab es steinerne Krüge, fest und unzerbrechlich aus hartem Stein, und darin trugen die Menschen ihr Wasser vom Brunnen in ihre Häuser. Dann aber gerieten die Krüge und das Wasser in Streit. Die Krüge beschwerten sich über das Wasser, wenn es nicht so formlos und nachgiebig sei, müssten nicht die Krüge die ganze Arbeit machen, es zusammenzuhalten. Das Wasser auch widerte gleichermaßen wütend, wenn die Krüge nicht so starr wären, so könnte das Wasser frei dahin fließen, wo es wolle, und unterlege nicht dem Zwang der Krüge. Nun trennten sich Krüge und Wasser und begannen bald einen Krieg. Die Krüge verbreiteten den Glauben, nur Härte und starre Unveränderlichkeit sei richtig, und die Gewässer seien Narren und gefährliche Anarchisten, und gebietem dem Wasser man nicht Einhalt, so würde in seiner Flut bald alles hinweggefegt. Die Gewässer aber predigten, nur die formlose, ständige Wandelbarkeit und völlige Freiheit, jeden Moment woanders fließen zu können, sei das wahre Leben und die Entfaltung des Daseins, und die Krüge seien nur tyrannische Gewaltherren, die ließe man sie gewähren, bald alles Leben einmauern und ersticken würden. Und so führen seither die steinernen Krieger Krüge und die gewaltigen Wogen der Gewässer einen Krieg. Und wo die steinernen Krüge herrschen, da regieren Zucht und Ordnung, da wird einem jedem genau gesagt, was er tun soll, und Härte und Unnachgiebigkeit gelten als die höchste Tugend. Und wo die Gewässer herrschen, da flutet nach ihren Launen ein jedes Ding bald hierhin und bald dorthin. Und dieser Krieg tobt bis heute. Am Abend saßen der Geist des Feuers und der Geist des Windes beieinander und träumten davon, als der Stein und das Wasser in Harmonie waren, und man nannte das den schönen Fluss. Das war die Zeit, da die Steine nicht klagten, dem Wasser Form und Halt zu geben, und das Wasser sich daran erfreute, in Bahnen zu Zielen zu gelangen. Das war die Steine nicht klagten.